wo seid ihr alle würden noch eine Sache noch eine Nächte und egal Richter erfüllt gehen wir gerade Kuh sich schon wieder verlebt vor uns die Kuh nie wieder eine neue da ich könnte abschließen Moritz und es wäre so Traum ist in der Regel muss ich nicht geht muss er nicht wird die Männer schon losgeben ein Headshot wo es sich in diesem Fehler wieder soll ich versuchen nein los nicht im zweiter bitte nein der Fehler ich glaube ich vom Erfield aus sie sind ja und er wird man nach rechts verlebt und er gehört für die Sitzung der Fehler auch alter der fett bei mir und Brüder in der Welt gibt es wieder wo und hier wird schlimmer alter oh mein Gott oh mein Gott Kacke wenn er so mehr viel zu ist dann die richtige der Ok jetzt ist auch da heftig das ist kacke so kann all guck mal nach oben da ist er weg ja aber hier ich sehe nichts mehr vom Erfield ich sehe gerade noch Moritz und wenn er jetzt gleich jetzt läuft er gerade durch eine graue Wand durch aber wisst ihr es ist ich sehe euch beide nicht das noch was FUK was ist das? ein Zombie okay alter ist richtig heftig der Fehler ich erkenne gar nicht wir sind zwei Zombies wir müssen nach links gehen sonst schaffen wir das nicht durch die Karte der Fehler ist immer noch da lauft nach links das geht von dieser einen Stelle aus da ich sehe nämlich nichts äh ich mach mal kurz ein Respawn das liegt glaube ich nicht daran ich weiß aber der Typ hat mir mal gesagt danach geht das man muss was in der Datei ändern dann geht das oh du hast ein Zombie eingeloggt ne? ich? ja ja wie hinterher deswegen ok soll ich den töten mit meiner Snipe? wenn du meinst du schaffst das ich laufe nur in diese Richtung jetzt das wäre ein gutes Training bist du das da? ja so ich dachte gerade ey ok wo ist der Zombie? da du scheiße alter fuck hier sind alles grau fuck das war wohl nix ne das war nix hinter dir jo ich hab ihn ich hab ihn ne hä? ich hab ihn doch erwischt hm hm hallo jetzt hab ich ihn den hab ich schon längst getötet nein doch das war mein Headshot ich verarsche nein was nicht ok ich hab jetzt hm jetzt fast bei der Hälfte von der ersten Munitionspaket ich hab ähm glaube ich so ungefähr fünfmal geschlossen alter fuck dieser Bug ist ja voll zum kotzen man sieht ja nix wenn man Achtung Josch 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 weg ja weg 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 lauf 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 oh ich bin auch wieder da und der Bug ist dadurch nicht weg aber hier ist ein Gebäude ich glaub von dem Gebäude aus geht das ja glaub ich auch ich bin hinter dem Gebäude wo bist du Philipp lass uns ähm wollen wir nicht die Aufnahme kurz unterbrechen und eine Lösung dafür suchen ich hab keinen Fehler mehr nur wenn ich auf dieses Gebäude guckt der Fehler geht von dem Gebäude aus na gut also ich bin hinter dem Gebäude wo seid ihr Philipp ich verfolge dich ja ich versuche gerade hinter das Gebäude zu kommen aber ich krieg grad Kopfschmerzen den Bock okay aber es geht wirklich von vor dem Gebäude das ist ein Weg Kreuz aus wir sind übrigens jetzt gleich schon da wo wir sein wollen okay ich bin auch hinter dem Gebäude jetzt sofort du musst mich eigentlich sehen ich sehe euch hier bin ich Zweite hier Philipp äh gehst du ins Gebäude rein äh geh nach gehst du nicht ins Gebäude von da aus geht der Fehler ihr müsst mich nur sehen seh dich auch gut hier müssen wir jetzt hin zum er fehlt da in dem Wald und von da aus gehen wir dann in die Feuerwehr und Josch guckt einfach in die Feuerwehr rein ja halt wollen wir außen rum gehen und die Feuerwehr angucken oder was was weiß ich ja wir wollen da was sie würden ich würde es nicht empfehlen die Feuerwehr rein keine Ahnung da drin stehen Military Loot very high ähm doch ja ja klar ach so wie sie ist ja schädigend Eter auch so egal das war ja unser Plan deswegen sind wir hergekommen drauf zu gehen nein in die Feuerwehr reinzugehen das war nur das Ergebnis des Planes das ist dein Jägerstand gerade das ist doch ein Jägerstand oder wo wo da links da sind drei Zombies da ist auch so ein heftiger Sound schon na ne Mauer da ja da ist einer wo wir dahinter stand Josch jetzt kannst du Sniper nehmen der Zombie verfolgt uns eh schon ja warte geh da weg die drei Zombies verfolgen uns Josch hier mach die hinteren boah bitte treff mich nicht ne ja das würde ich auch so ein bisschen lohnen fuck hier sind noch mehr aber ich sehe das Airfield und vom Airfield aus geht auch so ein Bug oh ne könntest du bitte die Zombies hinter mir abschießen wow oh ich würde mich gerne da einmal hochgehen ach die kommen hinterher die Zombies ne ich hab drei Zombies erwischt tot? ja nicht schlecht mein erstes Magazin ist bald leer ich kann immer noch nicht hoch oh ne ich hab mir auf mich zugelaufen was ja hinter dir Moritz ne ha ich weiß Achtung hinter dir hab ich einen abgeschlossen ok sie sind weg da ist noch einer nimmst nimmst du den Philipp kann ich schon mal hochgucken ich will nur schnell gucken mehr will ich nicht weil ich bin nämlich zur Feuerwehr und weg hier ah ne doch nicht das ist doch nicht so das ist doch nicht so und hier oben ist eine keine Waffe aber Munition und zwar so wie es aussieht für Philipp was denn ja ne dmr-Magazin was denn das? nicht eine Waffe oh man shit ey boh ich hab noch zwei Magazine für meins hast du noch Denksmagazine? so warte mal wo 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 da ist ein Spieler Mann zwei Männer die sind rechts von uns guck mal schnell auf die Map Philipp rechts von uns auf der Straße sind orangene Punkte oh ja fuck Mann Mann die snacken wir oder? die gucken wir in eine andere Richtung nehmt eure besten Waffen raus ja ich versuch die weg zu snipen die sind in dem Fehler drin die sehen dann wahrscheinlich nicht so weit die sind weg von uns ne? warte warte wir sehen die nicht Mann ja das ist das Problem dabei ich versuch das ganze Ding zu umgehen das kann man auch keinen Müll kommen die mal mit wo ist denn die Modes? äh irgendwo hier dieser kack Fehler okay philip bist du denn da hinten? wer ich bin ein Tannenbaum Tannenbaum Tannenbaum? also das ist Candy oh okay philip ich weiß nicht wo du bist weit weiß ich du musst mir einfach mal hinterherlaufen ja warte ich ja vor ich hab auch da hinten ich seh euch ja ich seh dich auch soll ich in diesen Jagdstuhl da oben reingehen? okay ja? ja ich geh Richtung Feuerwehr ich hab auch keinen Plan wo irgendwas ist gerade oh man wieso geht der Fehler denn von der Feuerwehr aus? ich bin hinterher gelaufen dann hab ich warte mal Josh wie kann man den Fehler beheben? wollen wir das kurz in einer Aufnahmepause machen? ähm guck mal bei den GameTube Videos ich bin hingefahren scheiße was bist du? ich hab dieses ähm weiße auseinanderdingende na geil du darfst dich nicht auslocken ist das ein Knochenbruch? nein du darfst dich nicht auslocken okay ich geh mal kurz raus und ich beende die Aufnahme wir sehen uns gleich wieder noch mit nem Sniper Phillip zu helfen hab auch noch ein paar Zombies getötet aber dann kam sie eben den Hofstand hoch und dann konnte ich nichts mehr machen wie viel Blut hast du denn noch? ich? Phillip 6000 echt? dann musst du mir auch ne Bluttransfusion geben kann ich meinen ich muss sie erstmal kurz aus meinen Backpack holen ja das muss ich auch so ich geb dir eine bewacht du den Eingang ich geb dir grad auch einen und deswegen ist das schlecht danke mhm so so jetzt schnell alle Hangars und dann weg vom Airfield erstmal mann 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 war klar dass ich drauf geh ne aber ich bin heldenhaft gestorben naja so bin ich hallo ich hab noch Philipp von Weitem gerettet als er am Boden war und sich bandagieren ja du musstest dich bandagieren warum ist hier nichts drin warum rennen die schnell achso keine Ahnung nicht schießen einfach weiterlaufen dein Ernst ja uuuhhh ok alter hier hängt ja gar nix wollt ihr nicht meinen Sniper Riffle noch holen? hm ich hab keinen Platz dafür können dann werden alles was ich dabei gehabt hab wo sollen wir das rein tun? ich hab auch alles nur das was wichtig ist die Sniper Riffle und ähm ich hab keinen Platz ich hab auch keinen Platz jetzt auch nichts um den Hangar gut alter ich denk da soll was geiles drin sein es geht nie ab ich hab dich schon alles leer geblendet oh mein Gott ich glaub ich erschieß die Glutze ich bin wieder an der Küste Name? weiß ich nicht ich wünsche einen Hangar weiter da verlippen nicht dass du dich gleich erschreckst ja das ist ja hier liegt was hier liegt ein Rucksack weißt du das? ja so hier liegt ein Rucksack und ich hab bald keine AK-Munition mehr ganz normales Petrol Pack ich hab bald keine AK-Munition mehr ich hab bald keine AK-Munition mehr ganz normales Petrol Pack und bitte blutig nicht ne okay Philipp komm hier ich weiß nicht gegenüber vom FFZ auch noch Gebäude ich wäre lieber für dieses Militärgebäude da was zu nennen da war ich schon drin hier ist überall voll Rieser Punkt Military Loot und wir finden gar nichts wir hatten wir eigentlich einen Helikopter geplündert okay wir gehen auf der anderen Seite die ganzen Gebäude einmal ab ne werden von einem Fall zum Beispiel verfolgt Schuss auf den Zombie nee der das ist der ist so langsam den naja egal die Locken du 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 3 du 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 ja mal quer über das Airfield, Alter. Ich war Lebensmüller, meiner egal. Wo sind eure Sniper, von denen ihr gesprochen habt? Ach, hier ist der Dingsladen, Philipp. Für was? Warte, ist das hier? Da ist so ein Laden. Da gibt's einen Waffenladen. Der heißt so. Und da ist Military Loot High. Auch High. So wie bei der Feuerwehr. Echt ein Waffenladen? Also der heißt so, aber der sieht irgendwie aus wie die Toiletten. Und, es sind auch dementsprechend viele Zombies. Die werden, da bist du nicht durch, oder? Doch, ich lock sie kurz alle an, dass wir sie auf den großen Feld umbringen können. Komischerweise rennt, weißt du, du rennst rein und der Zombie zwei oder drei rennt es um mich. Wo ich, schön, weil ich hinten stehe, ist es irgendwie jedes Mal so. Boah, der mir ein Schlag gesetzt, Alter. Alter, meine... Alter, ja, endlich. Okay, komm, wir spritten in die... Du hast doch noch ganz schön auf dem Zombies, da würde ich dich... Oh, ja, ja, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Wo bist du denn? Ich seh dich leider... Ach, da bist du. Ach, du Kacke. Die sind fast alle. Komm hier. Ich hab welche im Visier, ne? Ach, du Scheiße. Okay. Ich bin in der Nähe von Kamenka. Ich lauf zu Cerno. Ich lauf zu Cerno, ich lauf... äh, euch in Gegend. Ich sitze in Gegend, warum? Nähe von Kamenka, das ist am unteren linken Rand der Karte. Okay, ich werde jetzt mal sehen, was ich so für Jagdwitz noch auf dem Weg abklappere. Und dann komme ich nach meinem Plan voll ausgerüstet zu euch und... Okay, das wird nicht klappen. Philipp, komm, das ist jetzt voll da rein springen. Ahaha. Ja, ich wette, da kommen wir je noch mehr zum Miss, oder die sind wieder da. Ja, aber es geht mir, das reicht ja auch schon. Schießt du gerade her, ne? Ja. Gut. Jetzt ist meine AK der Scheiße, Mann. So, ich sehe diesen Laden da. Aber jetzt bin ich offiziell, kein Lust. Ich hab keine Munition mehr für die AK. Die war so... Keine ganzen Bunkern liegen noch überall Waffen, oder nicht? Da muss einfach Kamikaze rein springen. Alter, das ist ja voll verpackt hier. Hier liegt ne AK-Vilipp. Okay, warte, warte, warte. Aber keine Munition für... Ach! Komm her, Zombie, krieg's aus dem Maul. So. Ach, wisst'n du. In diesen Waffen dran. Der ist... M9 Magazin, AKM Magazin. Sehr gut. Ah ne, scheiße. Bitte blut ich nicht. Ich blut schon wieder, ich glaub's nicht. Hier ist ne AK, 74, mit, ähm, einem Magazin, was du brauchst. Ja, immerhin. Ich bin ja schnell verbindlich, bin ja nicht da. Ich weiß leider nicht, wo der Waffen dran ist. Ist das dieses kleine Haus? Oder das große? Weiter rein musst du noch. Kann man ein Zombie noch auf mich zu? Ich hör dich irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Hä, wo musst du, Alter? Du musst ja durch so ne... Aua. Hier ist ein so'n großes Gebäude, so'n kleiner Art. Ja, weiter reinlaufen in die Stadt. Ich lauf' hier auch gerade rum, extra, um dich zu finden. Laufen wir die Straße entlang, da wirst du doch. Lass dich in den Mund. Alter, das kommen mir auch nicht mehr wenige. Okay, du musst gleich hier so rüber, hier rein, falls es siehst. Du, man backt hier so rüber, das ist voll krank. Oh mein Gott, wie schafft man das? Du duckt dich irgendwie, keine Ahnung. Fuck. Ich geb dir Rückendeckung, versuch's einfach irgendwie. Du hast es gebrochen. Nicht aufstehen jetzt. Ich hab' ne gute Idee. Warte. Oh scheiße, das hat nichts geholfen. Okay, hier ist er, komm her. Hast du die Mafia umgeben? Ähm. Wenn du dich mal nicht bewegen würdest, dann ja. Toll, drei Schuss nur. Ja, 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 nicht aufstehen. Ich kann eh nicht aufstehen. Doch, ich hab' dem Morphium schnäckst gegeben. Aufstehen. Hinter mich gehen. Und da ist die, irgendwo die AK. Ja, hier ist ne AK, aber mit einer Munition. Ich lass' hier erstmal weggehen vom Airfield und dann würd' ich sagen, machen wir Pause. Was ist hier für Munition? Die 3 da? Die 3 da? Keine. Ach, da reden wir, das brauch ich auch. Ja. Morphium ist hier einfach. Philipp, kommst du raus? Wo ich kann mal... Boah. Lass' einfach weg sprinten, oder? Ne, ich will mein Wasser hier aufhören. Heiz mir die Zombies vom Leib. Warte, wie kommst du über die Bank rüber? Ohhhh Gott. Oh man, Buck, doch nicht so behindert rumzummen. Okay, Philipp, komm, wir sprinten, jetzt ist mal weg. Okay, einfach abbauen. Ich will's einfach nur weg. Wir haben alles verloren. Wir haben nichts gewonnen. Das war die... Was haben wir denn bekommen? Weiß ich nicht. Gar nichts. Wir waren auf dem Airfield. Wir haben keine Machen, keine Munition. Ja, ist ja schön, Philipp, dort ist aber auch kein besseren Vorschlag. Ich habe ja nur die Fakten gesagt. Die Fakten. Wer teuer hat mir ein Zelt aufgebaut, irgendwo in der Pampa, dann hätten wir auch nichts gewonnen. Glückwunsch da. Du, wow. Hey, wir lagern da was zwischen, was es nichts bringt, weil wir nichts zum Zwischenlagern haben. Aber wir lagern da was zwischen. Wir hätten da einfach mal ein bisschen Zeug abdecken können, jeder nimmt eine Pistole, gibt der los, wenn wir da ein paar Waffen, dann haben wir vielleicht... Kei, wir haben die geilsten Waffen, die es in dem Spiel gibt. Wir lassen die aber im Zelt zurück, die jeder sich ausnehmen kann, wenn das Zelt findet. Ach, der hat mich nicht klingt. Ja. Da rüßt du mir gleich ein Headfield aus, ansonsten habe ich nichts. Wieso hast du deine Waffe nicht mehr? Die ist leer. Ja, du hattest ja nicht so viel Munition, oder? Nee, hatte ich ja nicht. Aber, ähm, wurde das alles schon ausgeräumt oder warum habt ihr keinen neuen Loot? Weiß ich nicht. Wo bist du Munition? Also normalerweise muss da echt total viel liegen. Weil ein Vorschlag wäre ja, ihr lockt aus, lockt in anderen Server ein und dann lootet ihr das nochmal. Gar nicht so eine schlechte Idee, dass wir hier beim Affield in den Wald gehen und es da auslocken, Philipp. Ähm, was ist, wenn da einfach alle so ein bisschen da sind und lauter Typen und die keine... Die sind sowieso wieder da. Aber dann sind wir schon mal beim Affield und müssen da nicht wieder hingehen. Wollen wir jetzt mal ein paar Städte hier in der Umgebung ausluten, damit wir ein bisschen Munition haben. Munition für diese Art von Waffen finden wir eh nur hier. Der AK. Tja. Also das sehe ich anders, also für die AK findet man überall eigentlich. Der AK, aber nicht für meine. Na, für das kann man sein. Dann könnten wir uns wenigstens in irgendeinem Haus ausloggen und wieder einloggen. In dem Haus. Ich würde sagen, hier vorne in dem Wald, siehst du mich noch? Da bist du ja. Bist du da? Ja, wenn wir das hier in den Wald machen, dann müssen wir da erst wieder reinspringen. Wenn wir schon im Haus sind, dann haben wir vielleicht das Glück, dass wir da was hinten oder schnell rausnehmen können. Wollen wir in den Waffenladen gehen? Meinetwegen. Okay. Sehr riskant im Waffenladen auf jeden Fall. Weil das ist, glaube ich, einer der meisten, oder der begehrtesten Ziele mit der Feuerwehr da oben. Das ist echt so begehrt. Einmal, ich bin gleich wieder da. Ja, guck mal, wenn du auf diese Map guckst, da im Internet. Ich habe einen Jagdsitz gefunden. Mal sehen, was da drin ist. Ich wünsche dir was Gutes. Zum Abnehmen. Mal sehen, was du nicht gelassen pela ? Die Lebn am Ort, wo ist denn der? Hm? Ich bin bei dem Waffenladen. Ich bin bei dem Waffenladen. Ich bin bei dir, ja da irgendwo nicht. Das ist schon drin, ne? Ja. Echt? Ja, ich bin bei dir, ich bin bei dem Waffenladen. neben mir ein Zeug um nicht okay ich bin einfach mal rein die Tonin der Eingang stehen und dann ein Glück wir sagen wir gehen in die Hälfte hoch sind das ist nichts drin irgendwie finden wir allgemein nichts auf diesen Server hier Pauli Kürt Mollinger Denkmal an die Erwaffen Hubschrauber und die Art der Hubschrauber das einzig der Kumpel wir in die letzte Kabine hier das hat er wohl auch ausgereiht das hat uns beiden Mega Waffen beschert gut dann würde ich sagen wo wir Schluss machen wieder aufhören müssen wir müssen wir nicht das ist noch nicht um das ist noch weiter machen er kommt sie noch mit hinten rein oder nicht ich hab doch gesagt in die Toilettenkabinen ach in die Toiletten ja der letzte Kabine bestanden habe ich auch zuerst gesagt aber dann bin ich dir entgegengekommen gesagt dass sie in diese Duschen gehen wo sind die Rechte hier hinter der Treppe kann man die Haustür zu machen das bringt eh nicht ne ich gehe mal eine Dusche weiter oh was ist das schön oh das ist das ist eine warme Duschen ne endlich mal wieder schön sauberes Wasser okay dann bedanken wir uns erstmal fürs Zuschauen und wir melden uns dann beim nächsten Mal wieder wenn wir wieder die sie aufnehmen das war der schissste Tag meines Lebens Vielen Dank.